Musik 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 Ja Leute, ich habe hier bis zum Aufzug hier ist irgendwie... Ich sage jetzt zugeklebt, oder? Und die Alkohol haben es aufgesperrt Jetzt weiß ich... Schindler, mein Gott! Ich bin jetzt in Rennbachstraße, glaube ich Schindler Ein Schindler 3300 Also 3000 Also 3000 Diese Aufzug kennt ja Aber hier steht das Baum ja Aber in Schindlzimmern ist doch der gleiche Aufzug man Nee, das ist halt was, da drin ist anders Geht allein hier Die sind ein bisschen wie No-Mode Das klingt wie No-Mode Von Lufzen Die Schindler kommt hier aus Berlin Und die Schindler kommt hier aus Tibern Und die Schindler kommt hier aus Tibern Was ist das überhaupt hier? Ja Was ist das, ist das Motorrad? Für uns steht da nichts Ich glaube Ich glaube, dass Motorraddenken oder sowas Man steht da nichts hier So, hier ist die Steuerung Ich bin nicht mehr aufgeregt Auf keinen Fall Ich bin nicht mehr aufgeregt Ob die Leute sind Ist das überhaupt hier? Oder scheiße ist jemand hier? Hier ist niemand, habe ich gesehen Da habe ich gesehen, dass jemand sich küsst Ich hoffe, dass ich das auch machen würde Und die Warte ist ja Dann komme ich her, man Dann klappt mein Schlüsselblick Das wäre ja nicht schön Da habe ich mir zu ziehen Halt mich drücken, sondern mich aufnehmen Ach, Mist, ey Ich muss das immer so beeinflussen machen In der Auf, Keine Warte nicht vergessen Und morgen mache ich noch nicht wo hin gehen Das ist der deutsche Aufzug, hier müsste auch ein schwarzer sein, aber das habe ich nicht gezeigt, dass der schwarzer nur ein bisschen wie er den Ton macht, dass er nicht kein schwarzer ist. Ich glaube, hier bin ich mit dem Deckel auf keinen Schachtsaal. Hier ist ein Büro gebaut, auf keinen Fall hier. Einen Wohnheißer. Touch. Ich bin vielleicht dann alle fünf dritten. Na ja, dann ist er auf, dann ist er weg. Okay. Ah, Mist. Na ja, ich mache später. Da ist doch gerade die dritten Zaun, die dritten Zaun muss ich nehmen, weil bis sie wieder schaust. Wie, 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 wie. Ich habe hier auch ein bisschen zu spüren. Hallo, da bin ich. Das Haus sieht echt toll aus, sieht echt cool aus. Aber bis jetzt habe ich keine Ausziehungsmögliche entdeckt. Die Ausziehungsmögliche gibt es ja im Wohnhaus. Ich habe gesagt, ich habe vergessen, was war. In St. Kajettenstraße. Ja, ne, von St. Martinenstraße ausgehen. Ja, dann vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao Leute. Bleibt gesund. Hier werde ich wieder fahren. Das war ein Geräusch. Ich habe einen Gumm, Gumm gemacht. Ciao. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.